. Die Initiative Campen gegen Rechts ruft zu einer Versammlung auf dem Hilde- ... ... schalalala. Warte, ich kann den mit meiner Hand sprechen. Das ist so gut angekommen letztes Mal. Erneut trifft die Corona-Pandemie ... Erneut. Heieiei. Schon beim ersten Ur- Erneut. Das wird auch nicht besser, ne? Sorry. Erneut. 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 Erneut.